Machen Sie sich fit in Sachen fachgerechter Wärmedämmung in Gebäuden mit unserer 16. Fachtagung für Ihren Sanierungsvorsprung. Es erwartet Sie wertvolles Fachwissen in Form von Schadensbeispielen aus der Praxis sowie Tipps zur Vermeidung, aufschlussreichen Fachvorträgen und spannenden Diskussionen mit unseren Expertinnen und Experten. Sie erfahren dabei, wie Sie Tauwasserschäden im Dachbereich vermeiden können, wie fachgerechte Dämmung im Denkmalschutz aussieht und wie Brandschutz und Wärmedämmung zusammenspielen. Melden Sie sich jetzt für Ihre Online-Fachtagung an. Wir sehen uns online. Ich freue mich auf Sie.